Rapide war ja die erste Fußballmannschaft in Österreich, der erste Verein mit einem Special Needs Team. Wir haben ein eigenes Team mit beeinträchtigten Sportern, sowohl körperlich als auch geistig. Die spielen international auf höchstem Niveau. Das ist das Wunderbare, das Wunderbare des gesamten Sports, dass er Menschen glücklich machen kann.